Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Es gibt Menschen, die fühlen sich zu dick, obwohl sie gar nicht zu dick sind. Andere sind viel zu dünn, merken es aber nicht. Was ist eigentlich zu dick oder zu dünn? Gibt es Methoden, wie man sein Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße messen kann? Was genau ist Magersucht? Was ist Esssucht? Und was ist mit Wohlfühlgewicht gemeint? Diesen Fragen wollen wir in diesem Video nachgehen. Gerade in der Pubertät ist der Körper vielen Änderungen ausgesetzt. Mit dem Erlangen der Geschlechtsreife verwandelt sich der Körper von Jungen und Mädchen erheblich. Bei Jungs setzt der Bartwuchs ein, die Schultern werden breiter, der Stimmbruch setzt ein. Bei Mädchen wachsen die Brüste, gleichzeitig verbreitert sich das Becken. Das ist eine Vorbereitung. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.